So, willkommen zu diesem Part von Rocket League. Wir haben endlich ein Spiel gefunden. Es hat lange gedauert, dieses 4 gegen 4 zu finden. Wir müssen das gewinnen. Und ich muss jetzt den Booster einsetzen, um Punkte zu machen, Leute. Den Boost hier brauche ich. Haben wir im Nauvoo-Chat, im Nauvoo-Livesteam immer gesagt. Scheiße. Oh, fuck. Den hätte ich machen müssen, Leute. Das war meine Schuld. Den hätte ich raus, den hätte ich machen müssen. Das war dumm von mir. Das ist scheiße gelaufen. Hätte ich eigentlich machen müssen. Gut. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Mal gucken Schade Er war auch nicht gut Er hätte aber klappen können Lange wir das halten, ist es ja gut Shit Ja 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 Ich hoffe da habe ich dann Überfall Doch ein Überfall Wo der Münze stehen kann Hat mein Fuchs aktiviert Du kannst ja von 4 Du kannst ja 3 aufbuddeln Und wenn du einen Fuchs hast Mach dir das Loch noch auf Was du nicht aufgegraben hast Also das heißt Du kannst, du kriegst alles Komm der geht Das wäre mein Tor gewesen Leute Wir müssen das nur noch halten Mehr müssen wir nicht machen Oder den Tag zumachen Wenn wir noch ein Tor machen Oh scheiße, oh scheiße Der war Den sah ich schon drin Nein Jetzt gibt es noch diese verfickte Verlängerung Ach nee Ach nee Hätte so schön sein können Schade Komm Komm schon Komm schon Nein Der war so knapp Ah fuck Ich hasse Verlängerung Hass ich einfach Jetzt haben wir verloren Oder auch nicht Das sah so aus Der war gut Der war nicht Jesus Komm rein damit Leute Leute Nein Scheiße, Mann Alter, habt ihr es gesehen? Die Parade vor dem Herrn Die Parade vor dem Herrn Boah, wie ein junger Gott hat das gemacht Wie ein junger Gott Wie ein junger Gott Machst du nichts? Vielleicht, dass es mein Tor war, wie ich es gemacht habe Ich weiß nicht, keine Ahnung Nee, nee Ich bin beigeschwungen Schade Schade, Scheiße Ich muss das Spiel ja gewinnen Nein, Gott, Scheiße Bereit Party bilden Mal gucken, vielleicht Komm, der Wurst ist nicht schlecht Okay, die gehen alle raus Oh, schön Einfach den Club einladen Warte, ich habe bei Coilmaster Über 2000 Versuche Ich habe 1079 Versuche Und dann nochmal 60 Mein höchster Einsatz, den ich einstellen kann Und dann ist 100 Pro Dreh Hammergeil Du kriegst Du kriegst 1600 Versuche Und 1000 Versuche Wenn du 7 Tage In Folge einloggst Du kriegst jeden Tag Bei Coilmaster Im Bonus Am letzten 7. Tag Kriegst du dann Ja Wir können uns Zurück gehen Dann können wir einfach in den Lockerpass gehen Und gucken Ja, Futter bekommen Nächstes Spiel haben wir das dann Erfüllende Blumenkind Ja, das haben sie wohl noch in das Spiel Also ist das scheiße Und dann spielen Spiel suchen Ich bin nicht der Partyleiter Go, go Go, go Warte, wenn ihr das halt annimmt Dann gehe ich raus aus der Gruppe Ist mir scheißegal Ne, hat er keinen Bock Jetzt gehe ich raus Ist das scheiße Wir zocken Ja Ich bin nicht der Partyleiter Ich bin nicht der Partyleiter Aber es muss nicht weg Ich habe so 27 Versuchen Da nehmen wir jetzt den 1er Leute, das ist scheiße, wir können ja erst auch Rumble spielen, ich lasse es durchlaufen, wenn wir da nichts finden, dann stimmt die Rumble, Leute. Da werden wir Rumble-Spiele suchen, aber gerade noch, lass uns noch durchlaufen, dann findet ihr noch was. Wie gesagt, ich habe letztes Mal auch der Lamm gesucht, bis ich ein Spiel gefunden habe, Zeit der Aufnahme ist Donnerstag, 6.07 Uhr in der Früh, jetzt hat sich die Leute auf und machen sich für die Arbeit fertig oder so. Schon klar, dass es nicht mehr online ist, oder, oder das, na gut, ist weg. Leute, wir gucken jetzt mal nach Rumble, da ist noch mehr, da sind 6.000 online, wir machen mal ein Lammenspiel Leute, probieren wir es mal. Ein Fömer, da ist der Lammenspiel. Okay. Wir können nichts anderes tun, wie warten. Was soll man machen? Wir können nichts anderes tun, wie warten. Aber hier finde ich kein Spiel. Scheiße. Wir beenden hier. Ich werde warten, bis wir ein Spiel haben. Ja. Und dann holen wir hier zu. Dann seht ihr eben nur ein Spiel. Aber jetzt ist es halt so. Also bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Müsst ihr euch mal kommentieren. Teilnehmig. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.